Hello und welcome back zum neuen kleinen Case Opening. Ach ja, schauen wir mal. Es ist tatsächlich der 31. zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich wünsche euch einen guten Rutsch oder dass ihr gut reingekommen seid. Dass ihr gesund und munter reingekommen seid. Dass es euren Haustieren gut geht und die nicht allzu sehr Schiss hatten. Und dass es ein erfolgreiches Jahr für euch wird. Ne? So sieht's aus. Wir gehen rein. 20 Dreamset Nightmare Cases haben wir. Wir warten immer noch auf REST Special Item. Vielleicht haben wir heute zum Jahreswechsel Glück. Oh no's. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Das ist so überladen, diese Waffe. Wahnsinn. Ich habe gerade nochmal den letzten Einkauf losgeschickt. Bedeutet also, ich kriege gleich nochmal ein bisschen was für heute Abend. Damit auch alles da ist und man nicht auf dem trockenen sitzt. Das wäre natürlich sehr bedauerlich. Aber natürlich werde ich alles in Grenzen halten, was den Alkoholkonsum zum Beispiel ist. Selbstverständlich. Come on. Das wäre natürlich insane, wenn wir jetzt zum Jahresabschluss quasi nochmal das Knife bekommen können. So in der letzten Folge des letzten Jahres. Das goldene Symbol. Wir sind dann in der Statistik ganz gut unterwegs in der Case. Das wäre echt, das würde ich, das würde ich fühlen. Sogar sehr. Aber bis dato, wir haben ja nicht mal Redskin, nach wie vor. Wir haben keine MP und keine AK bekommen. Ich meine, wenn wir jedenfalls das kriegen würden, dann wäre das ja immerhin so ein kleiner Lichtblick des heutigen Tages. Come on. I believe. So, da kam tatsächlich ja schon direkt die Bestellung, die ich aufgegeben habe. Das ging also sehr schnell. Damit habe ich nicht gerechnet. Deswegen habe ich nämlich gedacht, okay, dann nehme ich nochmal ein kurzes Video auf, bevor es kommt. Aber die haben anscheinend am 31. nicht so viel zu tun, wie ich dachte. Naja. Schauen wir mal. 10 Cases haben wir noch. In der Hoffnung, dass wir hier was rocken. Redskin. Gold. Ich meine, in einem von 400 Cases, ne. Wir sind echt bei einer guten Zahl schon. Das heißt, komm. Stell dich nicht so an. Mach zum Jahresende jetzt nochmal was Nettes. Hau hier eine raus. Und dann sind wir alle glücklich. Und zufrieden. Oder? Ja. Ich würde tatsächlich sagen, und das wundert mich sehr. Es ist die schlechteste Case, die wir jemals hatten. In terms of Drops. Also wir haben halt super wenig Pink Skins. Also wir haben welche bekommen, klar. Die sind aber nichts wert. Und auch die Redskins sind ja nicht so wertvoll. Aber wir haben noch nicht mal einen Redskin bekommen. Und ich bin der Meinung, die hatten in den anderen Cases immer sehr regelmäßig hier und da mal einen Redskin. Bei 100, 200, 300 Cases. Deswegen, I don't know. Aber vielleicht ist es ja ein Banger Knife. Oh. Ist es ja ein Banger Knife, was kommen wird. Also, ja, so ein Butterfly Knife. Emerald. Da sehe ich uns. Die letzten drei Kisten. In diesem Jahr vielen Dank für den wirklichen Support. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, fürs Anfeuern. Lasst gerne einen Like, da würde mich sehr freuen. Guten Rutsch. Beziehungsweise frohes neues Jahr. Ich weiß nicht, wann das Video kommt, ob es heute noch kommt oder morgen. Und, ja, das war es mit der letzten Folge in diesem Jahr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Oh. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.